Dada 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 Mollede was geht denn willkommen zu einer weiteren Folge Erzbetschwerbsgeber zwei mit mir im Showbox und dem Statschen Gula Mama Eeeh nein Du musst sterben Oh also nein lass mal du bist nicht, ich mach dich, ich mach nicht Digga das ist nicht auch krass kommt statt stattdessen anwalt ich bin in der Tat und wer ich habe einfach alter ich verschlagen also das muss jetzt sein der Welt ist er und jetzt bevor wir kurz anfangen wollten wir kurz sagen wir haben dort in so eine Plattformen gebaut das bringt es aber rein in gar keinen Vorteil nur dass wir halt nicht die ganze darunter fallen 0 und dann das heißt gleich da muss ich anfangen genau und Showbox hat kackt natürlich und wir haben auch schon mal wieder probiert das ist extrem schwierig hier rüber zu kommen das ist richtig schwer also mehr als vor allem mehr als mehr als abspringen extrem spät und dann halt fallen lassen kann ich habe immer so Lags am Anfang ja ja es geht ach guck ja auf jeden fall wenn wir das jetzt hier wieder nicht schaffen so wie dongle Einführungsrunde haben wir uns schon ausgedacht dass wir ähm und so boosten kann ich mal kurz mal kurz präsentatieren und ich habe es gelegt hat ja ne geh mal vor ja ok und zwar also das ist halt nur weil wir das heute nicht schaffen und so schaffen wir das eben na und jetzt schau was los also wir haben auch schon ein kleines thema bevor wir nur so stöhnen das ganze wieder stöhnt besteht und zwar äh wollten wir mal so ein bisschen darüber reden wie das mit diesen ganzen Online-Plattformen in Bezug auf Spielen funktioniert so Steam, Origin, Newplay und so genau aber wie gesagt wir werden jetzt hier nicht so ganz direkt auf das Thema eingehen weil wir halt hier noch viel nur so ein bisschen anderes zu tun an weil wir sind hier halt beschäftigt wir müssen wenn wir so richtige Minecraft-Themen-Zeugs haben wollt dann können wir bei unserem Minecraft so Let's Plates vorbeikommen oh das ist jetzt aber blöd ah das tut nein das funktioniert so ein Lappen oh so achso oh nein oh nein was sind das? lol lol wie schwebt kann das denn jetzt? ja gönn dir oh du bist gut alter du bist gut alter du bist gut alter was 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 krass krass ich glaube ich bin dämlich mein Onkel besitzt ja eine PS3 ja und der steht übelst auf Fallout und so krass und da hab ich mal so gesagt yo hab mir so letztens bei Steam so krass bin ich eigentlich dumm Fallout Edition also die 3 Fallout Fallout New Vegas irgendwas hier geholt hier für nur 3 Euro und dann sagt er so ja krass alter bei PSN Store und so kostet das 40 Euro 50 Euro ich finde ich springe um die Knopf gedrückt zu haben krass da musst du ja noch den Online ach die Challenge ist richtig bildbar ne da musst du ja noch den Online Zugang berechnen bei Xbox und sowas und das ist echt krass wie toll die das da verkaufen bei Steam kriegst du das für 3 Euro oder so ja vor allem wir also ich und Showbox wir haben beide nur PC also jetzt mal abgesehen von so einem Gameworld so ein Scheiß Prozent der in der Ecke rumlummert ja da eingeschlappt ist jo 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 Waiter Jürgen Jürgen Pia Viet gemeinsam Herr Mann ja was geht das gleich wieder zurück machen mit drei Sekunden Zettel orientieren oder was sagt er kommt Nö du kleiner Minderwertiger Hohensohn das war der Züge also runtergefallen kommt immer her Schmierer mit mit dem Ende der Zeit scheiß Korn wird noch in Alter da er ist die die ja also bei euch gewesen die zu so hoch neid ich baue ich mir einen Weg ab oh mann ich bin genau drüber gelaufen alter es gibt ja noch also es gibt ja als dreiführende Menschen wir sind drei vier Jahre ja online Store Plattform Steam Origin DuPlay aber ich muss sagen also EA Origin ist bei mir jetzt nicht so ganz beliebt ich hab halt einfach kaum Spiele bei EA und wenn man EA Spiele hat dann sind die schon auf Steam inzenziert so dass du die quasi auch bei Steam kaufen kannst ich meine nur weil ich mich grad kratzen muss alter weil du die auch bei Steam kaufen kannst wenn du die unbedingt bei Origin kaufen kannst und wenn man jetzt mal sieht wie wenig die an ihren eigenen Spielen da verkaufen dann ist das schon echt fürchterregend denn ein oder denn die müssen ja schon solche taktiken nutzen wie Game Time aufs Haus gratis Demo alles mögliche das ist zwar schön und gut aber muss man bedenken dass die das eigentlich nur machen Oh Gott ich hab's nein oh mann ja die machen das nur um halt publik zu machen um diese Aufmerksamkeit damit die sie überlegen das hat das funktioniert auch manchmal das gab zum Beispiel schon mal um hier wenn es hier drei im Angebot und kostenlos kostet wenn ich die treibende Gold kein Scherze habe schon viele von euch gemacht also wenn eine Spielversorgung soweit ist ein GPA-Titel rauszuhauen kostenlos der Welt stellte mal vor Kasse bis ins Wort ich bin nicht wahr mit der Auslösung wird so hoch die Fieksilme die Träste nicht Sven Lappen das in der Wand kommt mich noch hoch wussten ne machte mal mir er ist er hat er muss muss springen Kass das hat durch was soll das die Gegend legen ich hab null Herzen 0 Oh ja, okay. Mann, bin ich eigentlich körperbehindert? So springen, ne springen wir einfach nur hier, so springen wir hier, so hier springen. Ja. Auf jeden Fall Schaubox. Als erstes passiert, hab ich mir runtergesprungen. Hab ich gar nicht gemerkt. Du musst so gegen die Wand sprinten. Okay. Ja, ist gut. Oh Gott. Alter. Kola! Komm mach ne Fliege. Oh Leul! Sei ich nun was brach? Ja. EBO, wa? Warte, warte Schaubox. Komm mal, komm mal, komm mal. Schaubox. Ey, lache... er das ist der Fall ein Turm im Wald und kreis ich denke mal erhält du hast mich gerade geschlagen reichelt gestrichen das machen der Alte er was ich hab dich geschrieben hat sich gestreifen nicht 10.000 mal der Kloch die Streitmarkt machte das nicht dann wo es jetzt gemacht wurde Borka jeder war ja krass ein halbes Herz für dich ja haha nein oh nein hihihi was auch sind du mich jetzt schon wieder ja warte 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 wartei Tenja du bist so einladen Alter lassma ja Lands opportunities ah Leute es Exceptli OhhhhNEyyiney Hä.. ja warum... Boah ich hab dich dann hochgeglitzcht und dann Tsklick mich dann nochmal hoch warte mach du doch bald bei mir siasi Du musst mich auf den Block schlagen Ja fuck, ich bin auch runtergefallen Krass Alter Du musst springen mit auf den Ja, nein Was bist du denn für ein Spaß, Sieb? Du hättest da oben sein müssen Entschuldigung Ja, nee, nicht, Entschuldigung Was machst denn du? Wo bin ich? Ja, Tonkin, ich hätt noch weitermachen können Oh, krass Komm, mach jetzt mal Krass Boah, ich muss das hier gar nicht machen Das Ding hat da gar nicht hinses gesprungen WTF, Alter, was machst du für ein Scheiß? Was machst du für ein Scheiß, Sieb? Ah Ja, du musst natürlich schon springen, ne? Nein, warte Hä? Leu So geht das viel einfacher, Leute Wir müssen uns hier auch nicht drei Jahre aufhalten Ja, nee, müssen wir nicht, ne? Also wir haben Wir haben jetzt eigentlich schon fast jede Challenge geschafft, ne? Ah, ja Okay, Leute, wo geht's hier lang? Alter, sie ist langer Tunnel, dicker Showbox hat schon Cola oder andersrum? Du und dein Ziel Okay Okay, mein Shader, der funktioniert hier einwandfrei Ja, ich bin im schwarzen Ich bin im schwarzes Loch entdeckt Ich sehe nicht, ich sehe nicht Schwarz Soll ich dir noch ganz kleine schwarze Zeke Also etwas helle Texte Oh Gott, warte mal Level X Vergezeichnet, Vergezeichnet Uiiii Geht's hier... raus? O ne... O ne... ICA! DRUKRO! Achso, da hab ich mir mal einen Stein gegeben, ganz gediebend. Was?! Aaaaaahhh, mann! Wurrst du nach links oder rechts raus? Ist egal. Bist du eigentlich? Ach, bist du eigentlich? Ich bin eigentlich so schön gewichst. Woah! Grau! Oh, der ist eigentlich, ich spring einfach durch. Ey, nee. Ui, oh lol. Ich auch. Hey, du hast das Hauptmenüge geklickt. Digga, ich hab schon mal irgendwie so ein Gommelspiel oder so, statt Wiederbeleben Hauptmenüge gedrückt. Ich lecker Rage-Spin, Alter. Hab ich aber auch gedacht, meine Welt geht jetzt unter. Ui! Ja! Denk dran, wenn ich das schaffe, lol. Das ist so mit dem Satz. Denk dran, wenn ich das schaffe. Wir sind links rum, ne? Wir sind nicht rechts rum. Hab ich grad gemerkt. Ach so, ja. Du bist ja klar. Dann gehst du dann hoch in diese... Ich würde sagen, nach der Challenge machen wir uns den... Ja, ich hab's! Nein! Was? Hä? Man! Ich muss es ja gar nie machen. Ich glaub, oh lol. Ich konnte sehen, dass da Löcher sind. Das heißt, ich kann auch noch Sprünge. Denn die werden, glaub ich, ziemlich hart sein. Zumindest ja vielleicht noch kein Mini-Checkpoint einbauen. Man, ich... Also, ich... Gib dein Slash. Bun at R. Na! Ich hab den ersten Sprung geschafft! Ja, das schafft jeder. Megalick. Megalick. Wenn ich den schaffe, dann... Musst du ja nicht mehr machen, ne? Denk dran. Oh Mann! Pfff! Ich möchte jetzt hier den Sprung schaffen. Ich möchte es. Tatsache. Steht hier eigentlich. Ah ja, Showbox? Okay. Okay. Krass. Wie du mich triffst du. Ist ja der Wahnsinn. Krass! Das hab ich nicht hochgeschlagen! What the... Was ist denn bei unten bleiben, Spassi? Prozent 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 Mann Nähe Städte dieser Mäger weg Alter Achtung Prozent 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 ja dass wir wenn wir haben Lass hier Lass hier Alle setzen die Gänze Lass hier alle Dinge setzen, gell Ja, ne? Ja, dankeschön Auf einmal wieder, gehen wir zu Hä? Digga? Oh ja, krass Oh Ja, genau Ja, dann musst du dich jetzt zu mir Telefuzieren Und dann nochmal das Ding setzen Oh nein Alter, ich hab schon den ersten Sprung gemacht Ich weiß gar nicht, wo du das gesetzt hast Wo lang müssen wir? Du kannst nochmal setzen, ich flieg grad hoch Achso Moment, Bidi So, warte, Achtung, wenn vielleicht The Final Ich muss ja noch durch das Loch schlüpfen Jo Wo müssen wir es lang? Hier oder? Ne, hier lang, hier, um die Ecke Um die Ecke einen Mach mal Mach mal wieder Game-Man weg, übrigens Ja, ja Okay, mach mal Warte, nein, lass mal Oh, cool, oh Mann Ich hab mich geschaut Hast du wieder gesagt? Hey, du Hundesohn, du Hundesohn Du, nein Erste Game-Up-Null setzen Ja, ich komm nicht klar hier Kannst du von Ecke zu Ecke dingsen, oder? Ne Sag es nicht Ja Ein bisschen Game-Up-1, ne? Schönen wir doch Nein Achso, schön Boah, bist du Boah, lol Du hast dich rumgehalten, ne? Mit deinen Schlägen Hm? Mit deinen Schlägen, Junge Geil Ich bin rumgebackt Ich hab Anti-Knockback an, Junge Bringt nichts Mann Der hat meinen Bug Irgendwie scheiße Hat gerade meinen Bug verhindert, Alter Ja, ja Ist auch so ein Bug, ne? Boah, geh mir doch nie auf die Nüsse Leute, schau Ist doch geil, wenn er ausrastet Hör auf, Frieden Bitte, Frieden Bitte, Frieden Jetzt erbendet er zum königlichen Meister Geil Geil Krass, Alter Oh Oh Mach wenigstens Checkpoint für alle Oh, scheiß Ja, sicher Dein Pech, ne? Weil du wirst so oder so sterben Wir hätten das schön, aber nö Ich hab ja ein Smallpoint Die Sprünge sind voll assi Also Warum sterbe ich jetzt nicht? Okay, Leute, ich glaub, die Folge ist auch schon wieder lang genug Und ich glaub, wir sind auch schon wieder Oh, ja, okay, aber wir müssen jetzt unbedingt Oh Wie kriegt man denn die scheiß Sprünge hin, Alter? Der ist ja eigentlich voll einfach jetzt nicht mal gelassen Na, wie machst du's denn? Du bist grad unser random Sterbschläufer Ja 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 In der Stelle, äh, vielen Dank für die Schmerz, oder? haus rein, bis wir den ersten Völker abhallen und dann lasst doch für die gerne Bewertung AAH MAN, I FIND DERB! Lass doch gerne Bewertung da! Bis demnächst Leute, haus rein, tschau! Tschau Leute!